Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau-Burg-Verteidigungsfreunde zu Castle Story. Dem extrem großen Rumgewusel. Warum auch immer ihr wieder mit Freunden Säcken rumläuft. Führt ihr dafür wenigstens... Du, du läufst irgendwo hin. Wo läufst du hin? What the hell? Was? Er ist normal gelaufen. Die laufen jetzt alle normal. Was war das gerade eben? Wir sind eine Minute im Spiel und ich bin schon wieder verwirrt. Bigquats verwirren mich. Übelst hart. So, wir graben gerade die nächsten drei Ebenen runter. Wenn ich mir das so ansehe, glaube ich, wir könnten noch einmal richtig tunneln. Auch wenn hier ziemlich viel Ärzte zu sehen ist als Brimstone. Aber wenigstens fühlen sie einigermaßen normal, auch wenn sie teilweise sehr unnormal laufen. Man, man, man. Was war das, glaube ich, immer schon wieder einmal. Was war das? Ja. Was war das? Ja. Was war das? Was war das? Welche eine Wörter anstehung? Was war das? Oh, was war das? Untertitelung. BR 2018 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 Gut, hier wird auch erst so die Ecke gefüllt. Mal sehen, wie. Noch haben wir genug Steine. Untertitelung. BR 2018 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 Aber ja, sieht gut aus. Was das Füllen angeht. Was das Füllen angeht. Da, manche laufen recht direkt, andere laufen... Oh ja, genau, jetzt wird der gefüllt. Noch können wir weitermachen. Da ist wenigstens schon mal die erste von ein paar Feldern fertig. Also ja, es war lang und wir sind noch nicht ganz fertig, aber ich bin dann auch froh. Natürlich füllt er da das Feld auf. Na gut, da sind wir mal so kreativ. So, machen hier einfach einen neuen Flatten-Task. Genau, wir sehen, dass Jungs von dem Flatten-Task zurückrennen. Hm. Ihr zwei noch darüber. Und dich können wir auch noch hier versetzen. Dich auch. Und dann können wir das löschen. Und dann können wir das. Dich auch. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich würde mich ja freuen, wenn sie's wenigstens bis zum Rand noch füllen würden. Und so lange können wir das ja machen. Und es bedient sich schon wieder einer von da oben. Okay. 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 Na, sie arbeiten sich wieder eher von der Ecke raus. Ah ja, sie erreichen den Randleiter doch nicht ganz so. Dann muss ich etwa wieder umswitchen. Mit langsam Zeit nämlich, bevor wir auf die Hälfte unserer Steine rutschen. Also den nächsten, den ich zum Bowie schicken kann. So, die beiden zum Bowie. Okay. 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 Oh, und euch beiden auch gleich zum Bowie. Euch habe ich übersehen jetzt gerade eben. So, jetzt sollten alle wieder geschäftig hier unten dort sein. Okay. 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 Wir haben schon ziemlich gut was verbraucht hier oben. Hmm. 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 Genau so verstehe ich nicht, wie das ist, wenn sie Steine von irgendwo wegnehmen. Daimos sieht zum Beispiel auch so aus, als ob er von da oben was nehmen wollte. Zebas-Zeps auch. Sogar Horizon und Gong. muss ich alle ihre AI-Dinger resetten. So. Mal gucken, wie es hier so läuft. Und hey, wir haben Einschlafmusik. Gute Nacht. Gute Nacht. Zumindest läuft das Spiel heute besser als bei der letzten Aufnahme-Session, wo es ständig geleckt hat. Äh, welcher von euch hat nur 19, du? Na komm, jetzt liefer deine 11 endlich hier ab. Hm. 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 Ah, sie haben schon wieder ein paar Löcher in die untere Schicht, obwohl sie mit der oberen noch nicht immer dasselbe. Also. Wie? 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 Wie?